Faked Lukas Bros. seine Videos? Also Lukas, entweder du lädst jetzt sofort auf deinem Hauptaccount 100.000 Juwelen auf oder du löscht deinen YouTube-Kanal. Genau um diese Szene soll es nämlich hier gehen und ich meine, ist meine Vermutung. Hat Lukas Bros. und Clashcam sich vor dem Video abgesprochen, mach diese und diese Aufgabe, damit das richtig krass wird. Ich reagiere nochmal da richtig heftig drauf und damit kann ich sogar noch ein Video machen mit meinem kleinen Bruder. Mein kleiner Bruder gibt alle 300.000 Gems aus. Ist nur eine Vermutung, Leute. Was denkt ihr? Denkt ihr, das wurde vorher abgesprochen, weil das ist ziemlich auffällig, finde ich, aber was denkt ihr darüber?